Großes Publikumsinteresse im Wallis. Sion, Samstag, 20. Juni 2015. Das Schützenbataillon 1 demonstriert mit einem Großanlass seine Präsenz im Wallis. Diese Veranstaltung ist sehr wichtig. Sie gibt uns die Möglichkeit der Bevölkerung, unsere Leistungsfähigkeit zu zeigen und die modernen Mittel, über die wir verfügen. Wir sind ausgerüstet, um zu verteidigen und zu beschützen. Das Band zwischen Bevölkerung und Milizarmee muss immer wieder neu gestärkt werden. Diese einzigartige Gelegenheit nehmen wir hier im Wallis gerne wahr. Am Publikumsanlass auf der Place de la Planta stellen sich die fünf Kompanien des Schützenbataillons 1 vor. Ich glaube, dass die Armee sehr viel macht und dass die Bevölkerung oft gar nichts davon weiss. Das hier ist eine gute Gelegenheit für die Bürger, sich wieder einmal damit auseinanderzusetzen. Das hier ist eine gute Geschichte. Es ist sehr interessant, all die Dinge zu sehen, die man nicht kennt und die Übungen der Soldaten zu beobachten. Es ist spannend, was die beiden Armee alles machen. Ja klar, ich möchte über alle Facetten der Armee Bescheid wissen. Es ist wichtig, dass die Armee den Zivilisten ihre Mission präsentiert. Sie muss ihre Aufgaben und Funktionen transparent und offen darstellen. Somit wird garantiert, dass die Armee den Anschluss an die Bevölkerung nicht verliert. Daran muss sie immer wieder arbeiten. So werden an diesem Nachmittag die wichtigsten Waffensysteme, Fahrzeuge, Funktionen und Übungen vorgestellt. Die Ausstellung Deine Armee ist meines Erachtens sehr wichtig, um die Armee der Bevölkerung näher zu bringen. Während Jahren haben wir den Kontakt zwischen Armee und Bevölkerung vernachlässigt. Wir müssen die Armee zurückbringen ins Zentrum der Bevölkerung und den Menschen zeigen, dass die Armee Teil der Bevölkerung ist. Schliesslich ist es unsere Mission, der Bevölkerung zu dienen. Der Mitarbeit der Schweine Armee ist ein Somitier. Wir brauchen eine Ein evitar, dass die Armee dann unter dem Zivilisten. Wir brauchen die Oradiener Bonn. Forte Engl palerie. Untertitelung des Zivilisten, für die YpschISH battle, auf Ansprim пром GLS-Lei-Zug der нап 키iran Text stayem시죠. 2. each Untertitelung des ZDF, 2020